Auch kleine Dinge können uns entzügen, auch kleine Dinge können tun sein. Bedenkt, wie gern wir uns mit Perlen schmecken, sie werden schlimm bezahlt und sind nur klein. Bedenkt, wie klein ist die, o Leben, Frucht und wird um ihre Güte doch gesucht. Denkt an der Rosenburg, wie klein sie ist und duftet doch so neblich, wie ihr ist. Und duftet doch so neblich. Untertitelung des ZDF, 2020